3, 2, 1, los! Punktestand 0 zu 1 Bereiten Sie sich auf den Kampf vor. Wählen Sie Ihren Helden. Punktestand 0 zu 1 Punktestand 0 zu 1 Punktestand 0 zu 2 Punktestand 0 zu 1 Punktestand 0 zu 1 Highlight des Spiels Unterwegs zu New Queens Bereiten Sie sich auf den Kampf vor. Wählen Sie Ihren Helden. Punktestand 0 zu 1 Punktestand 0 miin So, 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 so. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Ziel in 30 Sekunden verfügbar. Du kannst dich nicht verständigen. Ziel freigeschaltet. Ziel in 30 Sekunden. Fünf, fünf, vier, drei, eins. Ziel in 30 Sekunden werden. Wir wollen hier in 30 Sekunden erhalten. Hier geht es dann am Markus. Ja hier, sound. Nicht so lange ich hier bin, ich muss alle hier überlegen, dass wir gehelfen. Wollen wir die Gegner schieben, jeder bei den Karten. Verdacht. Ich schätze deine Assistenz. Die Rücken mit ihrer Varrikade vor, los jetzt! Wir haben wieder die Kontrolle. Jetzt geht er weg, doch steh auf! Der Roboter ist angekündigt. Ihre Varrikade schreitet unaufhaltend. Diesmal passe ich besser auf. Manifestlich elend. Sie müssen ihre Varrikade stoppen! Ich finde sie! Die reißende Kraft! Sie sind in der Überzahl! Die Spende hat geschlagen! Die Flinte ins Korn zu werfen. Fahrt ihnen in die Parade! Nerft das! Ich helfe die Arme! Ah! Wir haben den Roboter! Schwingt die Hufe! Die Flinte ins Korn zu werfen! Sie sind in der Abstand. Zu früh, um die Flint ins Korn zu werfen. Der Gegner hat den Robo. Lass ihn nicht durch! Ich übernehme den Robo-Tag. Komm, komm! Mach das auf dich! Ganz mal die Triebe, bevor ihr Ziel hängt! Viel für dich zu berufen! Besten Dank doch! Oh, ich geh her, komm! Was spürst du hier? Wie hat die Schmerzen? Fächer als ein Dack-Güter! Großer, dass du nicht allein bist! Kein Dack-Güter! Kein Dack-Güter! Beugt euch meinem Willen! Oh! 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 Alles in Verpflichtung vorbei! Oh! Wir zu vorhin ziehen! Ich hab' noch einen Ass im Ärmel. Ich hab' noch nen Ass im Ärmel. Die Stunde hat geschlagen. Danke, Doc. Wo waren wir? Die Stunde hat geschlagen. Das kannst du doch besser. 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 Bewege den Roboter! Bringen wir die Barrikade in Bewegung! Die Spieger in... ...zu früh, um die Flint ins Korn zu werfen. Wir sind in der Unterzahl. Die Stunde hat geschlagen. Wir müssen noch 30 Sekunden. Fahrt ihnen in die Parade! Es ist gerade was ich erwartet hatte. Vorsicht, wir sind in der Unterzahl. Gebt noch mal alles. Bleibt beim Roboter. Höchst euch in meinem Willen. Sie dürfen uns nicht abhängen. Spielerlage. Lüten aktiviert. Highlight des Spiels. Spiels. Untertitelung des ZDF, 2020